Dieser gebrauchte Renoclio ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 60.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Der äußerst sparsame Diesel hat eine Leistung von 90 PS. Der Wagen ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.